da ist gerade eben hat er brett benutzt aber keine säule ist erschienen ist auch schön da 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 so noch 200 punkte bis zum spawn des letzten victors hier ist alles an holz aufgebraucht das heißt die beiden stehen da oben rum nö wo stehen die beiden denn rum ah doch sie gehen jetzt dann helft mal beim bauen mit erstmal da 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 ja da ja da da 5 6, das heißt, hier ist die Mitte. Das ist da jetzt wieder schiefgegangen. So. Stimmt, hier können wir es eigentlich genauso machen. Wo ist hier die Mitte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 6. Ja, unsere Bretter gehen jetzt wieder gut runter. Die wir durch den einen kleinen Wald gekriegt haben. Oh, jetzt ist sie hier schon wieder fertig. Und da ist auch die Musik weg und wir hatten wieder ein paar Lecks, habe ich gemerkt. Oder ein paar Hänger, besser gesagt. Oder ein paar Hänger. Okay. Gut. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt bringen sie die Bretter natürlich wieder zurück Was immer sehr toll ist Was immer sehr toll ist So, noch genau 5 Ticks Bis zum letzten Projekt Man sieht unsere Vorräte Nehmen wirklich ab wieder an Holz Jetzt wo gerade keins mehr produziert wird Also gehackt wird Als nächstes muss der große Wald dran glauben So, noch mal Guckt euch an, wie die Lagen gelatscht kommen mit dem Hauptholz. Da könnte noch einer füllen, bitte. Guckt euch an, wie die Lagen gelatscht. 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 Ja, man kann auf der Minimap, ich hoffe ihr könnt es auch noch einigermaßen erkennen, die Arbeitsschlange sehen, die die Backtrons bilden. Flop, da werden die Bretter schon wieder mitgenommen, weil sie gebraucht werden. Okay, das heißt, wir brauchen einen Baum, also wieder ein Baumfehlerauftrag. Okay. Oh Wobei, alles lassen mal Ihr sollt ihr Zeugs wieder zurückbringen So, die beiden rennen schon mal zum Holzfähen Du hast nichts zu tun Also, hab an den Hackflock mit dir Okay, das klang jetzt bedrohlicher als es sollte Ich kann nicht davon sprechen, dass sie so viele Und die Schleuchte ihn sch besch gedauert Ich bin von Untertitel Wenn wir das nicht kosten Lange für die Schleuchte So, zwei Bäume füllen, das ist wieder der Kwame, ob wir das Ding hier haben. So, zwei Bäume füllen. So, zwei Bäume füllen. So, zwei Bäume füllen. So, zwei Bäume füllen. Das war eins zu hoch, so. Na, wie nett. So, zwei Bäume füllen. 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 So, die meisten sind freigesprengt. So, zwei Bäume füllen. So, zwei Bäume füllen. So, zwei Bäume füllen. Da kann man nämlich grad zu leise fuhren. Da hab ich einen getroffen. So, du darfst jetzt hier cleanen. Da du alles wegbomben durftest, darfst du auch alles aufräumen, was du weggebombt hast. Krieg doch fair, oder? Ja.